Das Stenozeichen-Uhr in verschiedenen Positionen. Danke, liebe Uda, für diesen Beitrag. Damit wir dieses Video leichter wiederfinden können, schreibe ich dir diesen Text als eine Videoantwort mit dem Titel das Stenozeichen-Uhr. Von dieser Videoantwort verlinke ich dann auf dein Video. Wenn du dein Video von Steno-Video Start 06 umbenennst in das Stenozeichen-Uhr, wäre es interessant zu wissen, ob zwei Videos mit gleichem Namen von YouTube akzeptiert werden. Vielleicht wird von YouTube dann automatisch ein unterscheidender Index hinzugefügt. Zugefügt.